Gewoll! Wecker, mhm. Einen hab ich. Bau rein. Einfach weil wir geil sind. Alter, ohne Witz, ich werd so paranoid bei diesen Dritten hier. Ich auch. Ist ja schlimm. Hier ist noch einer, auf dem Dach, da vorne. Nein, da waren zwei, fuck! Ich bin im Erdgeschoss. Was? Ich bin da auf dem Dach und knall alle ab. Ich hab auch einen aus dem Dach gekillt, dann bin ich da runter gesprungen. Hab noch einen genockt. Ich bin direkt jetzt bei dir, Nikolas. Hab einen gefinisht, musst du mich heilen. Wenn du bei mir bist. Mal hier, her den Shit. Warte, keine Namen mehr. Hier, hier, hast du eine Platte oder brauchst du? Ich bräuchte nur eine. Warte, ich hab sogar weg. Ich hab's nur nicht reingemacht. Dann nehm die mit dir. Du schießt einen auf mich. Ich hab's direkt gesehen. Hab einen K.O. Wo wir sind, und hier links um die Ecke. Das hier war hier hinter der Reling. Hab ihn. Jawoll! Lecker! Da, rechts im Gebäude ist einer. Wo? Kann ich denn pingen? Da. Hier, wo ich gepinkt hab. Wollen wir da hin? 2, by the way. 2 hab ich gesehen. Ja, warte, du bist gerade alleine, gell? Ach so. Er kommt mal her. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Links über uns ist auch noch ein feindlicher Helikopter. Oh, jetzt wissen wir im Gebäude, dass wir hier sind, gell? Egal. Da ist auf jeden Fall ein Scharfschützer dahinten. Hab einen K.O. Geh, ich guck oben. Hab beide, beide. Gehen wir weiter unten? Ja. Wann das 2? Ja. Lecker Schmecker, Alter. Die Puppgarten ist so fucking gut. Du hast schon mit einer Shotgun geschossen. Ich hab mich schon gewohnt. Hey, was schießt der denn? Ja. Alle beide mit One-Shot, Digger. Richtig geil. What the fuck ist das für eine Shotgun? Ganz normal. Die ist ganz blau, Digger. Die hat nicht mal irgendwie legendary oder so. Ganz blau. Bleibt gesoffen, ja? Ja, ja. Die ist blau. Aber die haben beide genockt, ne? Ja. Oh, hier oben ist noch einer. Oh, das war ich. Ich hab's grad gesehen. Alter, ich hab noch einen Quickscope auf ihn gegeben. Ich hab's gesehen, Digger. Und hab aber ich grad noch die Sniper in der Hand hatte. Wie wie erschrocken. Die hat mir jetzt in der Runde schon einen guten Arsch gerettet. Äh, Dimitri, brauchst du noch ne Rüstung? Oder? Ne, ich bin's falsch. Ja, dann nimm mal ne Rüstung bitte. Du hast nur zwei ausgerüstet. Da unten kommen die Gegner. Ich hab einen K.O. Hab den gefinished. Wie genau muss man denn hier snipen? Oh, den Shit. Ich hab's schnell vorher gemacht. Ach, das ist aber unser Kopfgeld sogar, geil. Ich, äh, sitz beide auf dem Dach. Ja, wir können hier hinten eigentlich, guck mal. Beide bitte. In die Richtung. Oh, da kommt sogar einer. Äh, einfach da runter gucken. Weil da endet nämlich gleich die Zone. Und die Leute müssen von da alle kommen. Ich brauch gleich wieder Muni, ne? Hab gleich wieder alles verballert hier. Ach, jo. Ah, rechts, ja. Okay. Ist tot? Ja, guck da mal runter, genau. Ach, da landet einer über uns. Oh, über mir. Hallo, bei mir. Was, über dir? Nein, hier. Ich hab markiert. Oh, ach da. Okay. Ich komm rein nochmal, Jungs. Das ist das letzte Mal, dass wir das machen können. Ja, sammeln deinen Scheiß dann direkt wieder auf. Oh, hier landet noch einer. Kommt noch einer, hier kommt noch einer. Ja. Dimitri? Ich hör'n. Hab noch irgendwo einer. Oder das ist Nikolaus, keine Ahnung. Nee, hier oben, hier oben bei mir. Uuuuuhhh. Hier oben. Okay. Hab'n genockt. Komm hoch. Boah, Leute. Ich hab den gefinisht. Bleib mal bei mir, beschütz dich mal. Oh, ein Junge. Ich hab keinen aufm Herzschlag. Oh, was war da? Hallo. Okay, dann ist vielleicht zweifelgleich doch hier. Hab'n einen genockt. Finish den bitte. Hab'n den gefinisht. Der wird nicht wenn's zurückkommen. Irgendwer ist in den Gebäude. Was seid ihr denn überhaupt? Oh, Leute. Wir verrecken. Gas kommt, Gas kommt. Raus, raus, raus. Raus, laus, laus, laus. Wo? Da sind mehrere Leute, wo du bist. Hier ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Bei mir in den Gang. War gar nicht gefinisht, der Hurensohn. Ich bin tot, aber hier liegt eine Teller-Mine. Mal sehen, ob hier noch einen erwischt. Das wär echt witzig, das ist so lustig. Jawoll, der rennt hier lang, guck mal. Guck mal, der rennt da lang. Ich hab's gesehen! Ja, geil! Mein Name ist Jeff.